Moin Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zum nächsten Part von It Takes Two, gemeinsam mit Khaleesi Cherry. Ihren Kanal findet ihr wie immer oben verlinkt, genauso wie den Rest der Playlist. Ich wünsche euch viel Spaß, bis bald, euer Seba, ciao, ciao. Okay. Nicht wirklich. Ey. Ich hab ne Sichel. Ähm. Jaja, sowas gibt's auch. Dinner in the dark. Oh, Natsi! Ähm. Ew. Äh. Ähm. Keine Ahnung. Die Familie macht dann die Sauerreibe, Koka. Oder der, der... Der, der irgendwo grieb gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Alter. Kannst so Pakete bestellen für zuhause und du besorgst dann Kostüme dafür. Uh. Oh. Okay. Oh. 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 Okay. Das funktioniert nicht. Die kommen nicht rüber. Ah. Das hat gut geklappt. Ein bisschen Freiten hier. Cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und was passiert in meinem grünen Haus? Oh, das sieht schrecklich aus. Das ist, was passiert, wenn du deine Faschung abschließt. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Und es wird weiter spreaden, unless du es stoppest. So Cody, will du deine Faschung? Oh. Die denken schon auch gar nicht mehr daran, unbedingt nach Hause zu kommen, ne? Oh, ich kann nicht glauben, wie viel es spüren hat. Das ist wie die Infektionen funktionieren. Ich weiß, aber wie kann es so schnell übernehmen? Es muss wirklich sehr stark sein. Wir müssen die Garten schützen, bevor es stirbt. Oh. 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 Ich denke, es war ein bisschen Guild Wars-Feeling mit rein hier. Wir hatten im Eis-Dings übrigens gar kein einziges Mini-Spiel. Das kann eigentlich nicht sein. Wir haben es wieder nicht gefunden, glaube ich. Oh, okay. Ich glaube, du musst da drüben hin. Nee, ich glaube, ich muss hier hin. Ich kann dich nicht benutzen. Okay. Ja, okay, du musst wahrscheinlich darüber und da hinten irgendwas aufmachen. Ich kann da nix machen. Ach, vielleicht hier geradeaus durch. Das ist nicht so einfach. Ja, Pflanzen wachsen wie so wachsen. Komm schon, du musst doch das Loch treffen. Ich kann nichts machen. Achso, warte. Blätter. Okay. Jetzt kann ich da gerade durch. So, muss mich jetzt verabschieden. Muss mich jetzt leider verabschieden. Euch noch viel Spaß. Dann schlaf gut, Dennis. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir übrigens, falls wir uns nicht mehr hören, viel, viel Spaß beim Prämidin am Morgen. Okay. Okay. Das ist eigentlich voll gut. Shit. Bleib einfach so. Okay, bleib einfach so. Okay, bleib einfach so. Okay, ich bleib einfach mal so. Leute, ich mach das nicht mit Absicht. Ich will nicht, dass ihr das schon wieder clippt. Hahaha. Why not? Ui. Ähm. Okay. Die will anscheinend nicht. Nee, die muss ich machen. Okay. Ach, die muss ich aufmachen und ich muss da Wasser rein tun. Fragen ist Ernährung. Hier gibt es bestimmt einen Boss. Oh, oh. Oh, oh. Mauerwurf. Mauerwurf. Nee. Alter, okay. Gut. Oh. Deine. Oh, oh. Whoa, 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 whoa. Oh, oh. Oh, oh, whoa, 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 whoa. Es hat ihn. Das ist immer auf mich abgesehen. Ab ihn. Nicht schon wieder. Au, 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 au. Fuck. Fuck. Ow! Sehr gut. Oh mein Gott. Greenhouse. Oh, Spock. Oh. Guck mal. Oh, this looks super cozy. I wonder if I can get a massage. Boy, do I need one. The spa? Here. Oh, I would care if I could rub. And then... And out. Oh, boy, did I need a shower. I've always wondered if this hurts. Geil. I'm not too sure about this one. Ähm. Oi. Hey. Massagesessel, oder was? Die massieren mir die Füße. Ekelhaft. Aber hier kann man, glaube ich, nichts. Hey, Mae. Hey, Mae. Ich muss jetzt noch einmal duschen. Ordentlich geschwitzt. Da. Süß gemacht. Haben die hier so ein... Die Schnecke hier ins Spa aufgemacht. Ich glaube es nicht. Einfach nur so, ne? Da ist nichts drin, was man machen kann, oder so. Ja. Es ist nur... Nur süß. Guck mal, du... Oh, du kannst so... Oh, sieht das schön aus. Vor allem mit diesen beschlagenen Scheiben und so. Mhm. Richtig schön. Okay. Hey, ich komm schon. Danke. Haha. 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 No, the... Whole greenhouse is infected. It looks like it spread from over there. Yes, it did. You recognize that... No, no, I didn't plant that. Are you sure? What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean Joy? What is... Is that Joy? Didn't they name your plants? Well, that first one. Hm. You know, I... I just wanted to make sure that Joy would always... be part of our lives. Aww. Oh, Cody. Oh, Cody. Oh, my God. That's sweet. Well, it doesn't matter now, does it? Hmm. Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, Brooke, you're right. Come on, man. We have to stop this. Come on, then. Come on, then. Hm. More purple crap coming up. We're gonna need some major weeding me. I think I've got the knack for it by now. Yeah, you do. Thank you for helping me out. It's actually great rewarding. Oh, right? Maybe you have a green gum after all. Nah. I just find it satisfying to shred anything in my way. Lucky me, we're on the same game. We're gonna need all the ways to go. Mm-hmm. Well, I always search for Minispiele. Look, there's a lot of libells. Stimmt. Oh, my wife! Okay. Oh nein. Miko ZX. Vielen, vielen Dank für dein Follower. Oh. Runding into my sight. Dad, over here. Oops. Ah, okay. Autsch. Uh-oh. You want to do this? Watch out, May! More creatures! Aps. Los! So. Okay, sehr gut. Okay. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Viel Spaß. Bis bald. Euer Seba. Ciao, ciao.